Ein Ford K steht hier zum Verkauf. Der wendige blaue Kleinwagen ist dreitürig und bietet Platz für vier Personen. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 45.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2009. Der Kleinwagen verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, ABS, Sitzheizung, elektrischer Seitenspiegel, Finsuffix, Kindersitzbefestigung und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 69 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners beläuft sich auf 5,1 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 5.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte aus 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 Lager. Größte